Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit dem Winterbaumeister 2024 bei This Adventure. So, wie machen wir es denn hier? Du musst hier rüber, und du, ne, dann mach ich den anders rum, mach mal den so rum, so rum und ihn so rum. Musik Der Wagen kann von Ligi nur auf Schienen geschoben werden. Ok. So, da komm ich nicht hin, gut. Und, ähm... Ob das... Diese Wagen werden nicht einfach entgleiten, sie bleiben fest auf uns schienen. Ja, komm ich da rüber. Da komm ich nicht rum. Hm, da hab ich mir fast gedacht, sowas... Also, ja, das ist gut, das geht's. Das ist okay. 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 ok so die ecke immer weg gucken wie wir da oben an den die ganz dann kommen da kann man so nichts machen und dann gehen wir mal auf in den stallen den kann man auch bewegen ok ich lasse den maler stehen wo er steht denn es könnte sein dass man da eventuell ja 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 da habe ich mir fast gedacht dass das damit irgendwie moment was hast du mir zu erzählen hier neuen buchstaben nein diese waren habe spezifische symbole dank ihnen können sie leichter unterschieden werden ja war klar da ist mein m ob das denn master ist ist ne heilig ok erst ist ein M kriege ich die denn hier auch von den Schienen runtergezogen? Nein, na klar nicht. Ach Moment, ich kann mit dem da rein, gut, lassen wir mal da stehen. Jetzt passt er. Das geht nicht. Ok, dann muss der aber auch wieder weg. Könnte ja sein, hat man die andere irgendwo gebrauchen. Achso, nee, braucht man nicht. Hätte mal stehen lassen können. Gut. Ähm, ja gut. 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 Ja, ich weiß nicht. Das war's. Heute haben wir keine Zeit, um diese Wagen auszuladen. Wir sortieren sie nur nach Material. Stelle die leeren Wagen zu den übrigen leeren. Ähm... 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 Also... Man sollte aber auch die passenden Wagen hier... Dann auch mal direkt dahin sortieren, wo sie hin soll. Einmal. Mir geht nicht. Okay. Zweimal. Dann nehme ich auch den hier noch mit dreimal. Dann haben wir den, der kommt da oben hin. Und er... Kommt da hin. Ja genau. So, dann geht's hier weiter. Wie schon... So. So packages... Okay. So. Gerade gucken, was haben wir hier? N. Auf welchem Punkt? Auf der dritten Stelle. Manio? Hm. Manio? Keine Ahnung. Hm. Manio? Was wolltest du hier? Besuche die wiederholbare Örtlichkeit. Nee. Gut. Okay. Dann, bevor ich den letzten Stein jetzt klopfe, nicht vergessen, die Steine einzutauschen gegen Münzen, damit eure Region weiterkommt. Damit ihr im Museum eure Schlüssel bekommt für die 8. Etage, alle 12,5% werden die Etagen aufgeschlossen. So. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf den Kanälen auf YouTube, auf Twitch, auf Kik. Bis zur nächsten Folge und tschüss. Bis zum nächsten Mal. So. 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 Vielen Dank.